Hallo und herzlich willkommen zur 233. Folge Let's Play Minecraft. Ich glaube zumindest, dass die ist. Ich bin nämlich gerade nicht sicher, da habe ich aus Versehen gerade eine Rakete weggeschmissen. Wir haben in der letzten Folge noch keine, äh, in der letzten Folge keine, äh, keine, die Kisten quasi fertig gemacht. Jetzt fehlt es nur noch, dass wir die Hopper setzen. Richtig. Und zwar, ja, brauchen wir dafür wiederholz, wer hätte es gedacht. Haben wir noch einen Baum, genau den Baum können wir noch platzieren. Das ist super. Und dann fliegen wir mal ganz kurz hier rüber. Niu, niu, niu. So, und nehmen wir uns mal kurz die Leg Turns mit. Und zwar brauchen wir einen hier hinten. Kommen ein freiwilliger Villager vor, ohne Beruf, bitte, danke. Wir brauchen nämlich Feather Falling. Ah, jetzt kommt eine andere ran, natürlich. Curse of Vanishing, nö. Bane of Nö. Channeling hatten wir eben schon mal. Äh, welcher hat sich jetzt hier bereit erklärt? Ne, du nicht. Du bestimmt auch nicht, keine Ahnung. Bauen wir mal den ab. So ein Freiwilliger vor. Nö, dich brauche ich nicht. Ein Freiwilliger vor. Das bist bestimmt du. Flame. So, ein Freiwilliger vor. Silk Touch. Silk Touch brauche ich nicht. Raspiration 3 habe ich, glaube ich, schon. Ja. Ne. Könntest du ja mal probieren, ob ihr jetzt ein bisschen was hinkriegt. Äh, ein Dörfbewohner, die Dach. Projektilprotection. Du schon wieder. Multishot, nö. Sweeping Edge, nö. Ich sag mal, äh, das kann doch nicht sein. Kommt einer, einer, nur einer. Nur einer, bitte dahinter. Hm. Komm, ach guck mal, da kommt noch einer. Ein Freiwilliger bitte mit, äh, Fedder vorlegen. Hallo, nicht weglaufen. Nee. Nee, 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 kein Fedder vorlegen. Lack of the Sea. Dorn 2 will ich nicht haben. Hm. Wer hat jetzt auch, wer auch immer jetzt gerade den Beruf bekommen hat. Ach, der war das gut. Gut, gut, gut. Nee, nee, nee. Nix, nix gut ist. Schärfe 5, ja, Schärfe 5 ist gut, habe ich aber schon. Auch Schärfe 5 ist auch der, den ich schon, ah, okay. Smeid 3. Schärfe 3, nö. Keine Arbeitszeit mehr. Power 1. Och. Du hast Schärfe 5, der ist es, Schärfe 4. Brauche ich tatsächlich nicht. So, da. Bane of... Nur so ein Blödsinn auch. Was hast du denn hier? Ja. Fedder Falling 3. Ich weiß gar nicht, ob es eine höhere Schuhe gibt. Und wenn, dann kaufen wir uns die einfach. Äh, was brauchen wir denn noch dafür gleich? Ich hab's vergessen. Wo ist denn mein Fedder Falling-Typi? Ein Buch noch. Kaufe ich mir das erst mal zweimal. Beziehungsweise einfach mal spaßhalber viermal. Ich weiß nämlich nicht, ob es das... Zwei... Drei... Drei... Vier... Dafür schmeiße ich hier das weg. Und, äh... Die ist Karadid. So, jetzt haben wir natürlich nur 10 Level. Das ist nicht so klug. Aber wir haben... Ja... Bücher, sagst du... So, mal gucken, was das kombinieren kostet. Und zwar, Feather Falling 3 und 3. Kostet vier Level. Drei und drei kostet wieder vier Level. Kostet sechs Level. Und kostet sechs Level. Aber es gibt Feather Falling. Vier auch nur. Aber das hätten wir dann hier für unsere Notfallrüstung. Notfallrüstung. Tatsächlich. Weil es mir mal wieder zu doof sind. Das heißt, wir brauchen tatsächlich sechs Level. Wo kriegen wir die denn am besten her? Indem wir einfach mal in der Nacht nicht schlafen gehen, sondern... Oh. Oh, 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 oh. Da gehen wir nicht schlafen, da gehen wir Monster farmen. Bis wir sechs Level haben. Ah, beziehungsweise brauchen wir sowieso mehr. Yay, yay, so. Aber gut, wir haben auch gar nicht so viel Platz hier in den Tag. Müssen wir auch noch mal Platz machen. Wir müssen nämlich jetzt... Ach, ich würde mal sagen, wir machen uns einfach mal... Oder farmen erstmal Holz für... ...vier Stacks Kisten quasi. Das heißt, wir müssen acht Stacks Holz haben. Acht Stacks Holz. perfekt so wir haben natürlich nicht so viel ja das ist gut drin noch nie ich will eigentlich also den hund wollte ich aber halten falls ich mal irgendwie eine skelett farm oder sowas bauen will dass ich quasi einfach sagen kann so jetzt so quasi gut gut so wo denn kommen wir fahren wir noch ab nein ich bin nicht warum bin ich hier so weit untergeflogen gut gut dann muss ich halt hier ein bisschen so könnte ich doch oben dran kommen ne noch nicht jetzt muss ich aber überall dran kommen da oben perfekt perfekt so dann haben wir jetzt auch mal wieder ein paar stacks abgebaut zwar noch nicht genug aber ja genug wird es ja nie werden wir können aber ganz kurz in den statistiken reinbauen bei items times wein und dann ist jedoch guck mal 1700 von dem holz haben wir abgebaut so ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wenn es dir gefallen lasst noch eine positive bewertung da oder ein abo und tschau so